Moin Leute, was es geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal darum, dass ich mal gerne 10 Tipps und Tricks zeigen möchte, die wahrscheinlich nicht jeder von euch da draußen kennt. Und auch wie bei allen anderen Formaten, Leute, schreibt mir sehr gerne eure Tipps in die Kommentare. Ich notiere mir das Ganze und es wird mehrere Folgen davon geben. Wenn ihr aber auch vielleicht gerne namentlich erwähnt werden wollt, könnt ihr es auch gerne mit dazu schreiben. So, ich würde sagen, wir gehen direkt zu Tipp Nummer 1. Eine kleine Werbung, Leute, sorry an der Stelle. Es geht darum, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, kann man das Ganze auch über Patreon machen. Mit Patreon tut ihr den ganzen Kanal und auch mir helfen, es weiter auszubauen, wie ihr es ja bereits mitbekommen habt. Vielleicht habe ich mich ja mit YouTube und Twitch selbstständig gemacht und im Prinzip durch die Aufrufe aber auch über Patreon finanziert ihr so gesehen meine Miete und mein Essen und den ganzen Kram. Und dass ich natürlich auch den Kanal weiter ausbauen kann, weil auch dann natürlich das Ganze auch Zeit und auch Kosten sind. Deswegen, Patreon ist eine sehr gute Seite, da kann man hier mehrere Level, guckt euch einfach mal durch. Würde mich freuen natürlich, wenn ihr mich unterstützen würdet. Aber natürlich, Leute, man kann das Ganze auch kostenlos mich unterstützen in Form von einfach ein Abo da lassen, liken, Kommentar da bringen, Videos teilen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie das auch kostenfrei geht. Also, dann an der Stelle vielen, vielen Dank für euren Support und viel Spaß im Video. So, Leute, und es dreht sich bei Tipp Nummer 1 um die Kryo-Cups. Ich lese es dir auf den Kommentaren, man bekommt die erst sehr spät im Spiel, man muss dafür einen Tech-Replikator haben und das ist überhaupt nicht der Fall. Ihr müsst Level 51 sein, das ist die wichtigste Voraussetzung. Habt ihr 51 erreicht? Ganz, ganz einfach. Geht einfach auf jeder Karte zu so einem Obelisken. Auf allen Karten, außer auf, wir sehen ja ein kleines bisschen anders aus, aber ihr seht auch immer diese riesigen Dinger in der Luft schweben. Und unter diesen Obelisken habt ihr immer so ein Terminal. Auch das sieht bei Karten unterschiedlich aus, aber vom Grundprinzip immer gleich. Dann seht ihr hier Waffen und unter Waffen habt ihr die Kryo-Kapsel aufgelistet und könnt die craften, weil Metall, Poly ist nicht so schwer, auch am Anfang kommt man relativ einfach eigentlich dran. Poly-Beispiel über Pinguine. Natürlich könntet ihr auch an Airdrops gehen, also wenn ihr hier so einen Loot-Strahl seht und da am Ende an das Ding was runterkommt, dran geht das natürlich auch. Aber da müsst ihr aufpassen, das Ding despawnet natürlich dann irgendwann und wenn dann gerade euer Loot drin ist, dann ist euer Loot auch weg. Deswegen, wenn ihr irgendwo einen sicheren Obelisken in der Nähe habt, am besten den Obelisken nehmen. Da könnt ihr eure Kryo-Kapsel herstellen. Tipp Nummer 3, Leute. Fackeln. Ihr kennt doch bestimmt die ganz normale Fackel. Ihr macht sie an und sie leuchtet einfach nur normal flammend, wenn ihr Holz oder was auch immer hier reinlegt. Aber man kann sie auch blau leuchten lassen, nämlich über Anglergel. Ihr seht, wenn wir das Inventar der Fackel aufmachen, haben wir hier Anglergel drin. Deshalb braucht ihr euch auch natürlich mehr Zeit. Ihr könnt über Anglerfische zum Beispiel farben und damit eure Base blau leuchten lassen. Das nächste, Leute, ist Kreaturen automatisch farben lassen. Ja, das geht. Ihr könnt Kreaturen wie den Biber, den Terry, den Megapetikus, den Dödi, könnt ihr auf Wandern stellen. Ihr geht einfach hin, macht Wandern aktivieren. Dann laufen die Dinos rum und wenn bei denen der Nähe Steine sind, dann farmen diese ab. Ihr seht hier, zack, es wird mehr. So könnt ihr die bei euch in der Base rumlaufen lassen und wenn sie halt einen Stein finden, dann baut der Dödi Stein ab. Oder ein Terentino baut zum Beispiel Bücher ab oder macht Bäume nieder, um Holz zu bekommen. Genauso wie auch ein Biber. Und das Ganze bis hier ungefähr so 80% überladen sind. Also könnt ihr bei euch in der Base einfach wandern lassen. Das gleiche geht natürlich auch, Leute, wenn ihr Dinos crabt. Ihr nehmt jetzt zum Beispiel Agentavis und wir craben uns jetzt hier den Dödi und fliegen dann, ja man soll den Dödi auch treffen, und fliegen mit dem Dödi zusammen dann zu Steinen. Dann seht ihr auch, dass diese Kreaturen, die wir auch schon aufs Wandern stellen konnten, auch die Steine abbauen, wenn sie an euch dran hängen. So könnt ihr also auch mit einem Agentavis oder dem Dödi zum Beispiel farmen gehen. Aber es gibt noch eine krassere Methode zu Fuß und die ist dann nicht nur der Agentavis, sondern ihr seht es ja schon hier, ich habe hier eine Karkinos stehen. Eine Karkinos kann nämlich Dinos packen, indem wir sie einfach hier nehmen, zack. Und wenn wir jetzt hier noch einen zweiten Dino nehmen, wie zum Beispiel einen Enki. So, dann haben wir beide Tiere gecrappt und können damit auch abbauen gehen. Das heißt, klar, es macht mehr Sinn, einfach einen Enki und Enki oder Dödi und Dödi zu nehmen, aber vom Gleichen. Aber ihr seht auf jeden Fall, ihr könnt damit auch Dinos abbauen lassen. Einfach mit der Karkinos hinlaufen und die beiden bauen dann ab. Das nächste Leute, wenn ihr euer Beet füllen wollt und habt nicht unbedingt Dünger, habt ihr aber bei euch Eulen in der Bade stehen, weil ihr zum Beispiel damit die Gachas füttert und habt davon mehr als genug. Ihr könnt auch das Eulengewürge, was im Endeffekt die Eulen ausscheiden, auch in Beete legen und das als Dünger nutzen. Ihr seht, wenn wir jetzt hier gucken, zack, 50.000 Dünger. So Leute, kennt ihr das? Mit dem Dino, ihr springt irgendwo in den Berg runter oder ihr fliegt mit dem Gasberg, euch geht das Gas aus und ihr fallt und würdet Fallschaden bekommen. Und was euren Dino auch töten kann, gibt es eine ganz einfache Methode, denn einfach kurz vorm Aufprallen einfach absteigen. Wenn wir jetzt hier, kurz bevor wir jetzt hier aufdotzen, ich glaube, da ist die Luft noch raus, so kurz bevor wir aufdotzen und wir steigen ab, dann seht ihr, euer Gasberg bekommt null Fallschaden. Das geht auch mit jedem anderen Dino, denn wenn die Dinos nicht geritten sind, können sie keinen Fallschaden bekommen. Deswegen einfach absteigen kurz vorm Aufprallen. So Leute, das nächste ist, wenn ihr den Eiinkubalter nutzt, ich weiß nicht, ob ihr das bereits wusstet, man kann hier nicht nur die Eier auswerten, die im Inkubator liegen, sondern ihr könnt auch hingehen, drückt hier das Waffenrad auf, macht Überwachung der Tragezeit, bekommt dann hier so einen Buff, der unten auch angezeigt wird. Und dann könnt ihr hingehen und wenn ihr einen Dino habt, der schwanger ist, könnt ihr sehen, wie die Werte des Babys sind. Plus ihr könnt die Schwangerschaft so gesehen frühzeitig abbrechen, falls ihr die nicht austragen wollt, weil er nicht die Werte kombiniert hat. Ich zeige euch das ganz normal. So, hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel. Der Shadow ist jetzt hier schwanger. Ihr seht, geht noch eine Minute. Dann klickt ihr auf das Rad, dann habt ihr unten jetzt Überwachung, die Ertragezeit und könnt da die Werte eures Babys anzeigen. Das sind auf jeden Fall die Werte, die unser Baby bekommt. Ihr seht, man sieht auch, ob es eine Mutation hatte oder man sieht auch generell die Werte, ob sie die übernommen hat, das Baby. Genau, und könnt ihr jetzt hier hingehen und sagt zum Beispiel, jo, hat die Werte nicht übernommen. Wir können auf jeden Fall auch die Tragezeit zurücksetzen. Das heißt, das Baby oder die Schwangerschaft bricht ab und ja, das Baby kommt halt nicht zur Welt. Nächster Tipp, Leute. Habt ihr bei euch auf PVE-Servern das Problem, dass ihr eigene Dinos nicht angreifen könnt, hat man oft das Problem, wenn man zu viele Babys macht, sie nicht loswerden kann. Gibt es eine ganz einfache Methode, denn einfach das Baby, was ihr, sagen wir mal, loswerden wollt, seht ihr hier, hat einen Nahrungswert. Das würde also erst verhungern, wenn die Nahrung bei Null liegt. Also könnt ihr mit dem Trick hingehen, oh, falsche Beere, nehmt die Stimmbäre und legt die bei einem Baby ins Inventar, benutzt diese und ihr seht, zack, Nahrung ging instant auf Null. Das heißt, der Baby-Dino fängt jetzt an, Leben zu verlieren, weil er bei Null Nahrung ist und dadurch stirbt er relativ schnell. Ist halt, wie gesagt, wenn ihr sowas wie Vivern und so loswerden wollt, klingt irgendwie hart, aber so könnt ihr auf jeden Fall auch Babys einfacher loswerden. So, Leute, beim nächsten Tipp, ihr kennt es ja vielleicht, ihr wollt ein Baby großziehen. Es muss natürlich geprägt werden, um die Prägung zu bekommen. Wenn ihr nicht wisst, warum das, kann ich gerne mal das Suchvideo in die Kommentare setzen. und man kommt an einen Punkt, wo das Baby halt eine Prägung möchte und da gibt es viele Sachen wie kuscheln, spazieren gehen oder irgendein Essen und manchmal hat man dieses Essen halt nicht da, wie zum Beispiel es will Ambra als Magma oder der Vivern will zum Beispiel Milch haben und ihr habt es halt gerade nicht da. In dem Fall ist es jetzt nicht bei einem Spazieren, das könnte ich jetzt zwar machen, habe aber keinen Bock drauf, mit dem Spazieren zu gehen und da gibt es einen Tipp, einfach eine Kryokapsel nehmen, Leute, den das Baby einfach einkapseln und dann einfach erneut rauswerfen. Denn das, was der Dino möchte, resettet sich im Endeffekt und ihr seht, jetzt zum Beispiel will er kuscheln, das wäre jetzt natürlich das Optimalste, weil man einfach nur eine Tasse drücken muss und man sofort kuscheln kann und das könnt ihr beliebig oft wiederholen, einfach nur rauswerfen und es wird jedes Mal das andere. Jetzt haben wir jetzt beide Spazierengehen, also bei jedem Rauswerfen des Dinos wird es im Endeffekt neu gewürfelt. Kann auch sein, dass ihr ihn halt dreimal rauswerft und dreimal der Ambra bekommt. Aber ihr seht, so, Kuscheln nehme ich mit, hätte ich gern, ist am einfachsten und zack, haben wir unseren Dino geprägt. So Leute, das Letzte in diesem Video ist, ihr kennt das, ihr seid irgendwo in einem Dungeon, habt seit beim Artefakt angekommen und wollt ja das Artefakt mitnehmen und ihr habt das Problem, oh, man kann nur ein Artefakt mitnehmen, weil als Spieler könnt ihr, wenn wir jetzt hier hingehen, sagen, zack, nehmt das Artefakt raus, dann spawnt ja im Regelfall direkt ein neues nach, genau. Und das könnt ihr ja nicht mitnehmen, weil ihr könnt Artefakte ja nur einmal tragen. Das heißt, geht nicht, aber haben wir zum Beispiel einen Otter dabei, das werfen wir nicht mal ganz kurz hier runter, Otter, möchtest du, haben wir den Otter dabei, dann können wir hingehen und das Artefakt zwar nicht mehr in unser Inventar legen, aber wir gehen jetzt einfach zum Otter, legen da das Artefakt rein, zack, und nehmen einfach ein neues Artefakt raus und den tut es unser Inventar und haben auf einen Schlag direkt mal zwei Artefakte dabei, was uns auf jeden Fall viel, viel, viel Zeit spart, weil wir müssen viele Arte Dungeons halt natürlich nicht zweimal laufen. So Leute, das war's an der Stelle mit dem Video mit zehn Tipps und Tricks, die vielleicht nicht jeder von euch kannte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wusstet ihr, kanntet ihr alle, kanntet ihr gewisse nicht, würde mich mal mega interessieren und wie gesagt, schreibt mir gerne Sachen, die ihr kennt, in die Beschreibung und dann gibt es weitere Folgen davon. Ich möchte an der Stelle aber auf jeden Fall auch schon mal an Leuten wie Pina, Thorsten, Wernsern auf jeden Fall vielen Dank sagen, die mir auch ein paar Tipps gegeben haben, die ich hier im Video mit einbauen konnte. Also Leute, ich sag mal, tschö, euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns.